Planet TT bringt die sensationelle Wildstyle- und Tattoo-Messe 2011 am 9. und 10. April in den Wiener Gasometer. Die weltweit einzigartige Kultveranstaltung präsentiert dutzende Tätowierer von vier Kontinenten und 2500 Quadratmeter Ausstellung und Shops in Sachen Piercing, Bikes, Lack und Leder, Fashion und Accessoires. Dazu erstmals den Wildstyle-Model-Contest und ein brandneues Showprogramm mit dem Circus of Rock und den Modern Primitives. Die Prim-Show am 8.4. im U4, die Messe am 9. und 10. April von Mittag bis Nacht in Gasometer. Tickets im Vorverkauf ohne Anstellen an der Messekasse gibt's exklusiv bei Österreich-Ticket.